Hehehe, Attempting to the Reaping! Alter wie ich lege man! Ehehe Boah ich kauf jetzt in dem A-Ream, kauf ich genau nach dem was sie mir sagen Oh Gott, nein Ehehe Oh Gott wie spielt man Man-Fight? OOOH Gar nicht. Am besten Alter ich will RP dafür haben, dass der Wichser schon wieder einen Scheiß erwarten Ich will sie endlich nicht zu wundern, da fing man Du bist du nicht zu wundern, da fing man! Es sort sich, es sort sich, es sort ewig Alter Oh, oh, oh Oh der Horn, der Horn ist wieder da Horn Horn Aaaaaaah Wow, wer ist wieder der Außensater bei uns, Master? Wo ist deine Barrier? Ich hab meine Barrier bei Ach, guck mal Tapp So, am Arc Du bist so schlecht Du musst es halt anführen so Du bist so schlecht Du bist so schlecht Guck so über die Eier mit deinem W Nein, ich kann nicht, ich hab lag Mein Champ bewegt sich nicht mehr Wow, Report Ich hab Eier Gut, da kann ich nicht Attentive reconnect Super, nee, Master on board Der geht, 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 glaube ich wieder Oh, ich hab ein fucking Spiel Ja, ja, meiner geht jetzt auch langs Ja, bei mir geht gar nichts Ja, geht bei mir auch wieder Ja, geht bei mir auch wieder Bei mir liegt Oh nein, ich geb ihn hoch, ich geb ihn hoch Ich geb ihn hoch Was soll ewig, bis man bis ich sehe, dass man im Bubble da ist Ja, Lügen Lügen über Lügen, der Junge Bitte auch, genau Aber lass den, keine Ahnung Ja, ich sehe ja, wie viel Leben die fucking Minions doch haben Also Kann der Rommel mal aufhören, mir auf die Eier zu gehen Ne Warum hast du? Ich hab wieder nen normalen Ping So viel Damage Ich hab auch nochmal nen Ping, aber es leckt halt Ich hab auch nochmal nen Ping, aber es leckt halt Mein, mein, mein Sam tritt sich mal Okay Ich hab immer zwischen Zwanzig und Gut, schon, gut Gut Nein, jetzt hat Aber, mein Mann, right, ist so behindert Spiel ab, jetzt tot er Haha Oder Heroes of New Earth Oder Heroes of New Earth Das ist ja so ein scheiß Spiel, Alter Heroes of New Earth Wenn das Spiel spielen kann, das muss man ja nicht auch erklären Nein Gott, hell So nix Let's wish compare, kriegt eine Bombe und dann rennt er wieder weg Ich bin wieder da Ey, Jungs, ich kann nicht reconnecten Alter, ich Ne, nix der Karo, alles meins Mann Mein Chat ist nicht richtig War ein richtiger alter Spielstart, irgendwann Karo hatte irgendwie Tausender Ping, ich auch Bin, musste erst mal neu neu starten Hubert kann sich nicht bewegen, aber trotzdem Last Hitten Ich konnte mich im letzten Game auch nicht bewegen Holy shit Ich bin lecker, Mann 20 Sekunden noch bis zu den Healdingern Oh Gott, 300 Alter Der ist tot Hoffentlich Ich kann so nicht arbeiten Ich habe 400 Ich mach so kein Team Rack, tut mir leid, ich mach so kein Team Rack Ja, deswegen Das, ey, das hab ich aber gerade in dem, was haben wir gerade gespielt? Ein CTC, oder? Oh mein Gott, sorry Sorry, ich wollte einfach eigentlich nur von zu verzeichen Bei mir geht's Bei mir geht's Ja, jetzt hat er ja nochmal ein Finger, aber er geht sicher gleich wieder hoch Das ist, wenn wir alle leckern und marken guten Finger, ist klar Also halbwegser, 98 ist es nicht so wirklich gut Das ist, wenn wir einen Rang hatten die Scheiße Wow, danke Master, dass du mir das Heating geklaut hast Tschüss Achso, jetzt schön Oh Gott 300 400 Okay, machen wir mal mein Champions Alter, hier ist ja ganz los Spaß Ja, aber ich kann nicht What? Mein Akali Mein Akali stopp alles Boah Alter, krieg einmal Akali im A-Raum Hehehehe Ich hab dafür 5 Brut So lächerlich, man Haha Der Rommel mag mich nicht Und mal Der mag dich schon Dankeschön Ja, Problem Oh, da ist der Twitch Und nur meine Ult, Alter, dann geht's richtig ab Da ist der T-Witch Das ist das erste Mal, dass der Kalim Aram ab, ohne Trollgame Am Ernst? Ja, das ist das erste Mal Warum glaub ich denn das nicht? Und verkackt, ne? Davor hatte ich's immer nur im Trollgame Boah, ich war den vierten Na, das war ja wohl nix, Marc War das halt nix So, ich hab meine Ult Ja, Blacks Weißt du? Ja, ja Naja, so weiß ich auch keine Charon sagt, bevor du reinspringst, dann geb ich dir ne Bombe Ja Nein, nein, nein Also ich hätt das Ult Und mir gibt's da auch eine Mir gibst du auch eine Ich bin hier nicht so der beste Dings Du musst auf Rumble So was von gleich tot So was von jetzt tot So was von jetzt tot Mark, Mark, nein, Mark, nein Mark, nein Rank Cues are disabled Mark, ich mach eh kein Team Rank mit mit dem Die lag Rank ist eh deaktiviert Ja, also Hat doch Dings gerade gesagt, Mensch LOL WTF, was war das für ne Ulti? Weißt du, wenn es um Kills geht, ne, dann ist der ganz vorne dabei mit der Ulti Ja, ich muss einfach nur Ulten Einfach nur Ulten Ja, ich rieche die Kills, das ist ja alles nur Nur mein Riechorgan Das Ah Da ist ein Kill Komma Wie killst die denn? Okay, Mark, fuck Du bist so ein Vollidiot Master Du bist so ein Vollidiot Master Ja, manchmal schon Wir müssen ja manchmal immer Dankeschön Basti Können wir immer irgendwas machen, Alter? Ja, wir haben ein wenig Leben Wenn ihr mal aufhören würde, die ganze Zeit rumzulecken, ne Dafür können wir auch was Ja Wenn ich jetzt irgendwas sag, geht wahrscheinlich der Ping gleich wieder nach oben Ja, du sagst aber die ganze Zeit was Ja, aber hör den Ping nicht Genau, Karo, sei noch mal leise Dein Ping sagt nichts, ich weiß Ihr reinkst, Obert, go Ein Ping, der redet nicht mehr Wow Okay Fuck Wow, wie's lange ist, es gedauert hat Der Ulti, wow, Mark Clever Das war jetzt voll meine Schuld, dass der Ulti Ja Das ist echt so Das war alles meine Schuld Nur deine Schuld Alter, Mark, Mann, mach doch mal was Mach doch mal was Du doch mal was, ich bist jetzt gestorben, du Ich hab zwei Kills gemacht Ich hab's trotzdem gestorben, du Wow Hätt ich dir übrigens vorbereitet, und zwar beide Alter, ich wurde von Shogard gefiestet Voll auf rum Heiss Heiss Stopp Stopp Ehm... Na hocken, na hocken Boah, ich konnte dir nicht langreifen Wow, Alter Weißt du, ich hab schon ne 2000er Leitung, ne? Hehehe Und haut mir Raid nochmal richtig einen rein Willst du mir ne Bombe geben? Na klar Raincues ist ein Nulles Oh, das bringt irgendwie nix, ne? Ja Das könnt ihr aber holt ihn, macht keinen Kein Problem Oh, wow, wow Oh, Karo, hinterher Raiden ist ein Nullding Kann der cool für den Cooldown nicht 8 Sekunden nachher Leise reden, damit der Ping nicht hochgeht Ja genau, Karo Boah Geh doch mal leise Ein Ping hört sich nur Der Ping spricht auch dann nicht Der schreit sich denn gleich an, weißt du? Ja, aber nur wenn du laut redest, dann schreit er zurück Glaub uns Ich kenn das Geht auf mich zu verarschen Was denn, verarschen ist verarschen? Verarschen ist doch gar nicht Verarschen ist doch gar nicht Boah, Karo Was wir mussten Schon kacke, ne? Ja, komm, was du? Oh, Thara macht die Null von, ne? You don't say Ah Don't fucking say Sag, wir sollten Normisch spielen Ja, genau Normisch mit dem Ping Mark nennt Die Logik Das Logik Ich weiß nicht, was bei euch los ist Ja, ja, ja Es war ganz ohne Spaß Mein Ping ist die ganze Zeit bei 25 Aber mein Champion Mein Champion dreht sich nicht schnell Das ist deine Maus, alles Was, er dreht sich nicht schnell? What the fuck? Nein, ich verstehe das einfach nicht Sie hatte noch nie so einen Homen Ping Obwohl, Mark schon Doch, jeden Tag Doch, jeden Tag Doch, jeden Tag Doch, jeden Tag Nice Und Mark Am Arsch Super Dankeschön, Master Du willst die echt, kann das? Ein Krieg Guck mal, Super, der kann nicht spielen Aber trotzdem muss er kill spielen Echt so, ne? Ja, kill spielen ist für mich eine Angewohnheit Das musst du aber eigentlich jeder hier wissen Vor allen Dingen, Dark muss das wissen Ich glaub ich muss das wissen Was? Ne, Klopfer muss das wissen Nein, Dark muss das einfach nur wissen Dauer jetzt Ich hab mit 50 Ich werd das ja nicht treffen Der Tier ist von Ult Erholt Erholt Oh, wir sind voll bad, Alter Oh, wir sind voll bad, Alter Oh, hinter die Glaser Das Smartcast Ult hier sind Weg von mir, Karo Ich bin mehr tot als du Also, ich aber nicht Also, geh du von mir weg Ja, ich will aber keinen Chargen nehmen Ich hab die gebraucht, Karo Ja, hab ich jetzt auch sagen Ich muss ja weiten, weißt du Ja Karo, hast du Ulti? Fuck Karo, Ult da mal rein und ich mal im Pentake Für dich sicher nicht Komm, wieso denn nicht? Ja, weil du hast mir was hier gleich weggenommen Was? So Schoko-Wappeln schreit mir ja dann Was? Schoko? Ich will zu Karo Haha, Spaß Ähm Schuld erst rein, wenn ich 49 Sekunden wieder umgekehrt Okay, dann nimmst du dir das lieber So oder so gemacht Hätte ich eh gemacht Bestände nutzen müssen Hoffen wir eigentlich für'n Scheiß, dein Spiel, ey Ich bringe jetzt gleich rein Haha, guck mal, selbst wenn jetzt keiner noch kreißen Easy Obwohl sich der Chip nicht schnell dreht Hahahaha Alter, darauf treibt's ja mal Der hat doch keine Ahnung wie was das mit Der Chip dreht sich da, ich hab keine Ahnung, hast du recht? Ich hab keine Ahnung Der Chip dreht sich da, ich hab keine Ahnung Hahahaha Alter, kein Wo ist Karo geholt? Ihr seid doch hörenlos! Hahahaha 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 Das ist so traurig, Mann Der Rahm ist grad von da Hahahaha 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 Ich hab den weitergetragen, Alter Das war wie lust der Post Hahahaha 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 What?! Mark muss sterben, Alter! Kleiner Wichser Ich soll ja wieder auf meinem Waffen Ich soll ja wieder auf meinen Waffen das hat er doch gemacht das hat gesagt er hat sein Spray und Prayer gemacht ich bin gesilenced nah hin, einen kill der nicht mehr gehört ist hier neun einstehen, alle haben nur so einen kill gespürt NAH 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 report ich dachte der gerade NAH 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 du Karo hat keinen kill ja aber Karo Karo darf aber auch nicht reden was das wird der ping wieder aggressiv, Alter das wird richtig aggressiv aggressiv 45 Sekunden hab ich ULT mach doch mal schneller ich hab mir ULT jetzt schon ich würde gerne rutschen für dich Fokus RUMBLE PLEASE RUMBLE geht auf die Eier Karo Marling okay, alle den bloßen RUMBLE einseiten 3 Alter ich muss euch carryen, ja? also Fokus was euch sage arsch kannst du killst die ästro NAH 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 haupt er hat sich doch er hat sich das ist so geil das war es geil dass wir das was wir kennen wenn ihr ohne mich feiert wir wollen und und um gut dass ich meine urte nicht auf mich machen gut job breit macht nix ich muss sterben hast du bist tot ne? ja machst du jetzt auch noch tot? er flasht sich? really? mag du bist tot? alter das ist so ein lamest team und was die haben das ist nicht normal oh meine nase ja was mit deiner nase ich wurde geführt was mit deiner nase aber nicht dass der ping sich noch ansteckt mein gox super du stehst 9-1 jetzt mach doch mal was echt? 9-2 ich stehe 9-2 ja? ja auch egal 9-2 damit kann man nicht mehr carryn 9-1 wäre ja ja dann ult ich den und Karo kommt hinterher ja irgendwie bleibt alles tot ich hab 40 Sekunden juhu ha 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 wo ist auch den stellen du mongo? da gibt immer Speed geht das jetzt mach mal jetzt mach mal jetzt mach mal jetzt geht das geht das nicht ist ja du? oder wie? Besser als gefühlt zu werden. So tag. Oh lol lol lol. What? Wie steh ich beim Sterben, Mann? Am Arsch! Was soll das denn? Du hast genug killed. Dankeschön, Caro. Mach den Scheiß Tower, Mann! Oh Gott, der streift uns alle ins Verderben hin. Das ich doch kelme. Ja, ich bin das... Ich wär dann gestorben. Guck mal, wie schlecht er ist, man. Da krieg ich mal einen Shook-Up-Getüte. Das ist doch toll, du Homo! Ich brauche auf deine Tränen-Stick, Alter. Ach, ich hab keinen Bock mehr, Alter. Wie krieg der alle Kills, man? Der ist so unfähig. Der Aufregel. Dann leber mich zu. Na, ich komm nicht. Ich hab die Sachen. Hahaha. You mad, little Markyboy. Little Markyboy. Ah, ich geh weg von mir. Alter, ich werde jetzt noch 30 Mal sterben. Und jede Kills zu der zweite. Nein, Marky ist böse. Ja, guck mal, Alter. Ich stehe nach zwei Kills von der Kills, weil ich einfach keinen Bock habe, tanking zu gehen. Auf wen? Feed the Six. Der hat jetzt feeden, ne? Ja, dann versuchen es. Ja, Mario. Nein, du, Alter. Ab 500er-Ping. Ich hab... Nein, ich hab' nicht sehen! 500er-Ping. Wow. 689. Mark, das hat ich grad befriedigt, hm? Ja. Ich hab' den Rylas gekauft. Ich hab' den 1480er-Ping. Ich... Ich... Ich werde... Mir wird nicht angezeigt, was ich kaufe. Oh, Caro hat auch'n DC. Na los, Mann. Nein, ich hab'... Ich kann mich nicht bewegen. Ich hab' den 500er-Ping. Ich hab' den 500er-Ping. Ich hab' den 1400er-Ping. Ja, jetzt hast'n DC. Ne, jetzt bin ich... Der Rumble hatte auch'n DC. What the fuck? Hahaha. Das DC-Game. Hahaha. Habt ihr's beide? Hahaha. Ich hatte keinen DC. Oh mein Gott, Alter. Ich hatte grad'n 8000er-Ping. Ich muss ihn nicht lecken oder sie. Ja, schon wieder, Mann. Schon wieder. Ja, ne? Cool, oder? Ja, ich hab'n DC. Nein! Sag'n los! Sag'n los! Könnt ihr mich defen oder bin ich tot? Du bist in der Base. Du bist in der Base. Du bist in der Base. Oh mein, etwas. Aber du kannst nicht kaufen gehen jetzt mehr. Du wachst schon draußen, glaube ich. Ja. Ich hab' auch eh schon gekauft, aber... War tragisch. Ja. Oh, komm schon. Bitte nicht attempt to reconnect. Bitte. Komm schon. Okay, ich bin wieder da. Zubat hast du mich reconnected. Alter, ich schwöre, ne Raid sind freche Wurensohne. Haha. Jetzt hab' ich's gesagt. Jetzt ist das Wort raus. Jetzt ist es raus. Jetzt wissen alle. Ja. Nix machen, Alter. Der hängt einfach festgehalten. Auf Rumble. Ah, nix da. Ihr seht mich nicht oft, Mann. Ihr seht mich oft. Ah. Doch, Zubat. Ich hab ne Ulti. Auf mit dir, du Sau. Er hat gefeatet. Wow, Alter. Boah, ich hab' voll auf dich. Das wär' wirklich geil gewesen, ey. Wärst du wieder gefeatet jetzt. Lass' den Tower machen. Lass' den Tower. Lass' den Tower machen. Lass' den Tower. Lass' mich in Ruhe. Lass' mich in Ruhe. Hahaha. Er hat Bell gegessen. Wollt' ich mal Shogard noch mal rum, Alter. Hahaha. Boah, man hat ne Kuh gehört. Ich hab' ne Dark. Forget it. Rumble 9. Oh mein Gott, ich bin so schnell. Ich hab' ne Ulti für den 05. 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 Alles klar, jetzt hab' ich mal im Bot rücken. Könnt' irgendjemand den Rumble aufhalten. Na klar doch. Der Rumble ist der einzige, der mich töten könnte. Ja, nicht die Orianna mit 400 AP. Nein, der Rumble. 357, ganz. Der Rumble, Alter. Wenn er sich auf Rumble ist dasselbe wie AP auf Orianna. Der Rumble penetriert meine Metagrass, die ich gar nicht habe. Das macht das, Ulti. Ich hab' ne Ulti. Übertreib's nicht. Wo ist ne Ulti? Bei ne Ulti! Komm auf mich! Oh mein Gott! Ach komm schon. Niiiice, das Spiel ist so verloren, man. Niiiice! Sag's los! Ja ich glaub, wir gewinnen dann. Ja ich glaub, wir gewinnen dann. Ja ich glaub, wir haben 0. Niiiice! Das Spiel ist so verloren, man. Niiiice! Oh, doch ein bisschen zu viel Leben. Die sind da los. DD! Fuck, noch einen wie die... WUAHUHU! Stark stirb, Stark stirb, Stark stirb, Stark stirb! Never! Mark stirb, Mark stirb! Ich stehle den, ich stehle den. Oh mein Gott. Wenn er endlich ist. Oh mein Gott! Bleib stehen, du Mutti! Guck, wo war's denn? Guck, wie schnell er einfach ist. Das ist echt, oder? Oh mein Gott, ich werd von mir jetzt getürchtet. Lass mich exekuten! Geh weg, mal weg, Alter! Wow, dank ich zu euch. Du darfst dich exekuten, Stark. Würde ich dich tun. Du wirst schön durch deine eigenen Ambulenten sterben. Exekute dich jetzt! Mark, was machst du? Ich? Ja, weil du das auch verkauft hast. Items verkaufen. Warum die Hydra? Ich weiß nicht, mir wird was anderes empfohlen. Du hast die Hydra verkauft? Ja. Ja, good job. Oh, ich hab wieder High Pink. Ja, ich auch. Ich nicht. Ich nicht. Ich nicht. Ich nicht. Ich auch nicht. Ich nicht. Ich bin doch drinnen. Ich bin doch drinnen. 2700. Wow, Alter. Was die Oriana für ne kleine Hure ist, Mann. Die Goldstadt Graben gehört die. Loil Mark, Alter. Was der alles 223 geschrieben hat, Mann. Ich hab attempting to reconnect. Was terrt. Was terrt. Was terrt. Oh, ich glaub. Ach jetzt. Ich. Wenn ich ein Abyss kill kaufe, ne? Wenn einfach meine 2 Assets wieder. Okay, ich hab gesehen. Was? Oh mein Gott, nice. Ich hab auch die Seed. Ich kann keine Büsche kaufen. Nein, ich bin wieder da. Müsst ihr wieder da sein? Ey, kann man auf den Raum? Da hast du auch nichts. Aber ich hab aber ne 500 abgegeben. Da waren Viertel. Alter, ganz ehrlich. Right. Keine Huren. Ähm, nur den Viertelfokus. Nur den Viertelfokus. Immer den Viertel. Okay. Oh, komm. Wie geht's eigentlich heute so? Hier, der Horn ist auch. Ich bin grad Attempting to reconnect. Ah, ich bin wieder dran. Heidwitz. Der ist auch die Seed. Ich lass. Okay, doch. Der ist nicht die Seed. Dann nehm ich die Mühe. Mein Ping sagt immer noch. Warte, was hab ich für ein Ping? Oh, ein stolzen 400er. Mach's auch nicht. Mach's auch nicht. Guck. Ich hab wieder. Jetzt hab ich wieder 1500. War nicht schlimm. So Glück hab ich gegessen. Kann ich? Nee. Alter, ich kann nichts machen, Mann. Ich auch nicht. Ich schwöre, Mann, wenn ich irgendwann... Ich mag den Connect. Ich mag den Connect. Freak ist der Erste von mir, der eins auf die Fresse bekommt. Warum? Ich mag den. Ich mag den. Er schwammt den Chat. Nein. Nein. Mann. Ich. Wieder. Hyping. Okay, hol's dir. Okay, hol's dir. Habt ihr's? Nein. Nein. Alter, Mann. Ja, ich kann auch nichts machen. Immer noch nicht. Ich bin bei 500 und bin wieder da. Fass. 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 Das ist keinem. Loin. 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 Ich hab ne Ult. Alter, what the fuck? Ich kann mich nicht mehr bewegen, Mann. Lauf einfach. Ja, ich hab den Kill. Und wieder ein High-Ping. Nein, ich hab wieder auf, bitte nicht. Nein, nein. Was das für kleine Hurensöhne sind, Mann. Ich hab wieder tausende Pick. Oh mein Gott. Das ist dein Abonnent, sind alle kleine Huren, Söhne, Mann. Das sind nicht alles meine Abonnenten. Der Silly Boy ist ein Abonnent. Ist mir egal. Ui. Oh mein Gott. Es geht wieder. Töte sie. Okay. Wow. Toll. Wie sie mir ne tausend Schaden macht. Ich hab grad mit Angst. Aua. Nein. Nur. Ich hab sein 4 und sein B gesehen. Ja, ich bin wieder. Müsste wieder da sein. Ich habe deinen Huren 4 und deinen Huren B gesehen. Du. Stück. Scheiße. Jetzt schreib's aus. Fliegenkot. Du. Stück Fliegenkot. Wow. Ihr legt, Alter. Ihr legt. Was leg ich denn? Ey. Super. Deine Beleidigungen sind echt krass, Mann. Ja. Ich will jetzt nicht so ein Werbe rumstellen. Sag einfach, du kleiner Motherfucker verpiss dich und geh in dein Grab und nie wieder raus und sterb elendig. Ja. So einfach geht's. Okay? Ich bin jetzt We- Genau. Ach. Das Spiel ist vorbei. Ja. Auf jeden Fall. Es defied.